Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Powered by Diversity Ball. Eine Blondine fährt auf der Autobahn. Sie fährt immer wie eine wilde Zickzack, ganz quer über alle Bahnen rüber. Irgendwann bemerken das auch Polizisten und fahren danach. Sie überholen sie und halten sie auf. Einer der Polizisten steigt raus und geht zu ihr rüber. Er fragt sie, warum fahren sie immer Zickzack? Die Blondine sagt, ja warum fahre ich Zickzack? Es sind lauter Bäume auf der Autobahn. Darauf schaut der Polizist die Autobahn entlang und er sieht keine Bäume. Er denkt sich komisch, er kniet sich hin, schaut bei ihr rein und sieht, dass am Rückspiegel ein Duftbäumchen baumelt. Der Montagswitz.